Herzlich Willkommen bei der Volk-Affekate noch im Marsch. Wir beginnen gleich mit unserer Arbeit, und zwar mit der Feldmission erledigen. Wir beginnen gleich auf Feld Nummer 43, Oberfeld 4 und fangen mit dem Feld 4 an. Da fahren wir gleich hin, und dann gleich die Fahrzeuge in Richtung Out-Ride anziehen. Alkibak Null. Dann lassen wir gleich noch in Richtung Feld Nummer 4 fahren. Wir beginnen mal hier vorne. Hier geht es nicht raus. Die Lage waren wir noch ein bisschen drauf, wo es soweit ist. Hier sind wir hier. Wir haben es früh, und gehen wir auf den Kult, wann wir ein bisschen fahren kommen. Und tschüss. So, wir nehmen gleich den nächsten. Soweit ich weiß, haben wir drei. Einen mit Kalk. Den werden wir gleich nehmen. So, dann nehmen wir die nächste Mission, was gleich in der Nähe ist. Feld Nummer 6. Feld Nummer 7 ist aber noch näher. 66 kommen wir nicht hin. Feld Nummer 10, Feld Nummer 7. Feld Nummer 10, Feld Nummer 7. Da können wir mal bereichnen. Die으� going там immer bereichnen. Dann würde man vielleicht mal einen Weg finden. So, das werde ich aktivieren. Feld Nummer 7. Feld Nummer 7. Jetzt brauche ich noch einen feinen Faktor mit Kalk drin und dicke Bereifung, das geht nicht. Bei Emissionen ist es zwar nicht ganz so tragisch, aber irgendwann denke ich nicht dran und beleidigte Ich wollte schauen bei den Tieren, die Tiere wollen auf und haben. Futter, Futter, Wasser, machen wir zuerst Wasser. Da muss Platz machen. Hier ist ein Traktor mit Futter, den wir gleich aktivieren hier. Wo haben wir noch nicht? Also wir haben noch Futter, Futter ist wichtig. Hier kommt Wasser, Wasser läuft und Futter holen wir. Dann machen wir das die Schweine. Hier ist Schweinefutter. Wenn man so ein Lager das hat, kann sein. Wahrscheinlich. Beerenflaumen, ja gut. vor der Kessel, die ich noch reinpacken soll. Aber gut. 2 nach vor der Wurfen drinne, doch nicht. Warte. Feld 4 ist angekommen. Amper 7 auch. So, vielleicht passt die Leitung, passt, nicht zu viel, nicht zu wenig, so, geht weiter mit den Kühlen und Futter und dann geht gleich weiter mit den Fallen, den Hänger kann man mal ein Fehler von den Kühlen, den Anhänger, den wir über das Bein stellen, müsste schon auch drin sein normaler heute. Uppzaba, ist nur ein faulen Kühlen, abonniert, ja, ja, er auch nicht. Oha. Ohja, fast. Fast leer. So, das waren wir zwei Tage Ruhe. Den stellen wir jetzt hier rein. Genau, wenn wir daran denken, wenn wir mal wieder zoomen, ne. Und der ist in Futter gesagt. Nicht groß, wändig um eigentlich gleich zu ramieren. so reicht das erste so püle sind versorgt jetzt werden wir mal die schweine versorgen als erstes werden wir mal putzen das war auch nur schweine vor da aber das wurde abgeschickt haben dann ist es zu spät ja wir wollen gleichen wollen wir nicht verdrückt von schnell oben einsteigen und starten das ist genau der richtige würde ich mal weiß nicht Oh. Good name. gleich wieder auskippen frauen immer nicht mehr sauber wasser schweine da bevor das auch mal rauskommen so ein Stückchen zurück sollte eigentlich reicht normalerweise Schauen wir uns die Schweine an, Schweine, also Tiere allgemein, Schweine haben gut versorgt, Sauberkeit, die müssen mal besser werden, Milchhof, ich habe auch alles, über Gras, gut, dann gehen wir auf Feld 4, werden wir gleich hier den Kurs berechnen, Kursgenerierung haben wir gespeichert, und wir können Ordner anschaffen, so, auch hier, Nummer 2, so ne, Das sollte passen. Einstellen, speichern. Jetzt kann er hier arbeiten und Feld 7 einsteigen. Das macht er jetzt. Achso. Ja, bei drei Füßen hat man die Maus und bei Cosplay rechte Maus. Die Maus reagiert aber nicht. Feld 7 übersicht leicht. Ich mag zum Rechnen. Speichern. Feld Nr. 7. So. Jetzt geht das los. Wir gehen jetzt mal. Nach meinem Wissens haben wir jetzt keine Fahrzeuge mehr mit Dünger. Wir werden noch ein bisschen investieren in mittelgroße Faktoren. Dafür reicht der K2 aus. Und zwar Pflegebreifung. Da reicht die Einfahrausführung aus. Dafür kaufen wir gleich mal, wenn wir Geld haben hier. Zwei. Zurück. Jetzt bin ich zwar fast pleite. Das heißt, wir werden ein bisschen Geld ausnehmen. Dann kaufen wir unten noch zwei Düngersträger. Dann kriegen wir mehr auf einmal was fertig. Jetzt heißt es auf gut Deutsch. Hab gut Deutsch. Zum Beispiel, ne. Wir kaufen eine Klingertechnik. Und zwar. Da genügt der Kleine aus. Mit Aufbau nehmen wir schon. Reifbeginante Pflegebereifung. Dann nehmen wir ruhig Grot. Kaufen wir zweimal. Zaumelkräfte investiert in unsere Wirtschaft. Wir werden ein bisschen kauen. Was wir jetzt wissen, was gleich in die Reihe kommen. Ich hab gar nicht geschaut, was der aufziehen kann. Das hat aber wie viel länger wir brauchen. Aber ich gehe von außen. Im Feld braucht er nicht viel. Berge haben wir hier keine. Und mit 53 kmh kommt der Schnellgemacht wieder hin. Die werden wir zuerst auffüllen. Und dann schicken wir bei den nächsten Feldern. Später werden wir Dünger alleine herstellen. Sobald wir Mist produzieren können. Müsste Dünger sein hier vorne. Ups. Ups. Aber das passt so. So wie bleibt es mit dem nächsten? Auffüllen. Da geht es jetzt los. Düng, düng, düng. So. Eigene Felder. Da gibt es noch nichts. Bei Mais hat man hier gekeimt. Und beim anderen Felder noch nicht gekeimt. Auch zu früh. Also im Prinzip. Müssen wir heute Nacht mal schauen. Jetzt haben wir späten Cooling. Und im frühen Sommer eine Keim. Deckel auf. Und ansteigen. Soll ich voll sein. Der ist voll. Warten. Soll wir nicht ausmachen. Wollen wir schauen. Die Phase fahren. Ja, kann ein bisschen so tun. Aber gut. Äh, das reicht noch offen aus. Ich hab noch einen kleinen Diener freigenommen. So. Was ist verkehrt? Oh, Müh. So. Fälle 10. Fälle 1 bis 3.30. So. auf geht's bis nachher dann kriegst du da Bescheid das wird der andere auch voll sein ganz stark denn so schaffen wir ein bisschen was in der kurzen zeit und die früher alles fertig haben kann ich sagen können wir vorlaufen so die kamen was vor 43 43 47 45 43 Ja, nehmen wir die gleich an, die 43. Oh, liebe Zwerger, das soll ich für heute gewesen sein, verzeiht schon abgelaufen, dann seid mal süß an der Gewinne, vertaucht, danke fürs Reinschauen, danke fürs Applausieren, und heute sehen Sie uns auf fleißem Richtung, tschüss.